Hallo meine Lieben, ich habe heute eine richtige Breitseite kassiert, und zwar von meinem Lieblings-Let's Player. Nein, nicht dem! Genau, von Snickers. Und woher weiß ich, dass mich Snickers breitseitisiert hat? Ganz einfach, steht in seinem Titel, Breitseite gegen Vierngard. Ähm, es gibt da so ein paar kleine Sachen, die ihr eigentlich noch wissen müsst, bevor ich jetzt anfange mit dem Video. Es hat ursprünglich damit angefangen, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, den Kanal von Snickers zu kopieren. Weil, es war Freitag und er hatte gerade Zeit, ich weiß es nicht genau. Daraufhin hat Snickers nicht das gemacht, was zum Beispiel Semper-Video gemacht hätte, oder Videoabend, oder sonstige Leute, die dann merken, Hey, unser Kanal wurde kopiert. Ich glaube, den Kanal melde ich mal lieber. Und ich jetzt habe meine Ruhe davon, das Ding ist gesperrt. Okay. Was macht Snickers? Er stellt sich hin und sagt, Der Typ kopiert mich. Ich werde darüber jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben Videos machen. Und den Typ trotzdem melden. Und ich habe zu den Videos, weil ich nur kein Vollidiot bin, ein bisschen kommentiert. Was habe ich kommentiert? Nun, Snickers hat in seinem Video gesagt, dass es ja böse Urheberrechtsverletzung ist, wenn ihn jemand kopiert. Daraufhin habe ich eingewendet, dass er in seinem eigenen Kanal ja auch Urheberrechtsverletzungen hätte. Beispiel. In seinem Icon war bis vor kurzem noch der Snickers-Schriftzug. Jetzt ist das Ding geschwärzt. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich ist es nur Zufall. Dazu kommt, dass, wie ihr hier sehen könnt, in seinem Kanal mindestens zwei Urheberrechtsverletzungen an Bildern zu finden sind. Das war einmal aus, ich glaube, Mirror's Edge auf der rechten Seite und auf der linken Seite irgendein Let's Play, was er hatte. Ich kenne das Spiel nicht. Darauf habe ich ihn aufmerksam gemacht und gesagt, jo, das wäre eigentlich auch eine Urheberrechtsverletzung. Seine Reaktion darauf war, viel rumgezicke, schlechtes Deutsch und im Grunde die Kernaussage, ich habe das Spiel hier aber gekauft, darum darf ich die Bilder auch benutzen und das Zeug hochladen. Daraufhin habe ich ihn ein bisschen korrigiert. Ich habe ihn insoweit korrigiert, dass ich gesagt habe, nein, du darfst die Bilder nicht benutzen, du dämlicher Vollarsch. Und ich habe gesagt, du darfst zwei Let's Plays hochladen, aber mit einer anderen Begründung. Und jetzt kommt meine Begründung. Die Begründung wäre, dass Reviews und Let's Plays journalistische Werke wären. Was sind journalistische Werke? Ein journalistisches Werk, das ich so oft in einem Tag sagen kann. Also ein journalistisches Werk ist ein, zum Beispiel Video, in dem man sich mit einem gewissen Thema befasst und zu diesem Thema gewisse Quellen heranzieht. Allerdings ist diese Auseinandersetzung in der Regel nicht wissenschaftlich. Das heißt, ein journalistisches Werk wäre zum Beispiel meine Helsing Review, die kein Schwein gesehen hat. Oder ein etwas bekannteres Beispiel, der Nostalgia Critic oder Linkara oder die ganze That Guy with the Glasses Gruppe. Das wäre im Grunde ein Beispiel für journalistisches, ja, journalistisches Arbeiten. Man nimmt eine gewisse Grundmenge an Zitaten und arbeitet mit diesen Zitaten. Denn eine Kernaussage, so eine Kerneigenschaft einer journalistischen Arbeit ist, dass diese Zitate nicht einfach genommen werden, zusammengetackert werden und gesagt, das habe ich jetzt alles selber gemacht. Sondern es wird gesagt, das ist aus, in meinem Beispiel aus Helsing. Und man arbeitet selber damit. Das heißt, man sagt was dazu, man macht in, zum Beispiel bei The Guy with the Glasses, irgendeine kleine eigene Show daraus und so weiter und so fort. Das heißt, man verwendet zwar von meinetwegen 20 Minuten, etwa 15 Minuten fremden Content, aber macht da eine eigene Tonspur drüber, macht da irgendwelche Kommentare zu irgendwas. Das wäre eine journalistische Arbeit. Das heißt, eine Review, in der ich zwar fremdes Bildmaterial verwende und teilweise fremdes Tonmaterial verwende, aber einen Großteil von dem Ding selber vertont habe und das alles in einen Kontext setze, wäre ein journalistisches Werk. Genauso ist ein journalistisches Werk, wenn zum Beispiel Gronkh den ganzen Tag in irgendwelchen Minenschächten rumläuft und dabei Dubidubidu singt. Das habe ich Firngart so auch gesagt. Ich habe nur kritisiert, dass er im Grunde eigene Bilder drin hat. Was war jetzt Firngart... Snickers, Entschuldigung. Nicht ich selber. Wieso rief er mir in dritten Person? Es ist zu spät für sowas. Also Snickers unheimlich logische Reaktion war dann folgendes. Die Videos runternehmen, nachdem man dann auch gesagt hat, ich brauche mich nicht verstecken, wie gewisse Leute, dann trotzdem alle Videos zu löschen und mich zu blockieren. Ja, das ist die Quintessenz von ich brauche mich nicht verstecken. Man löscht die Videos und blockiert Leute. Also, lieber Snickers, nochmal die Zusammenfassung. Ich brauche keine Genehmigung von Funimation oder von, ich glaube, Viva wäre es in Deutschland, um Helsing oder Helsing OVA oder sonst irgendwas als Review-Material zu benutzen. Genauso wenig wie du eine Lizenz von EA brauchst, um die Spiele zu spielen und da was rüber zu labern. Das wird in Deutschland vom Urheberrecht bzw. vom Zitatrecht geschützt. Im amerikanischen Raum wird das Ganze mit dem Fair-Use-Prinzip genutzt. Das heißt, wenn irgendjemand kein Geld damit verdient, darf er alles hochladen, was er will. In diesem Sinne, ich brauche keine Lizenz, du brauchst keine Lizenz, du musst einfach nur lernen zuzuhören, was ich sage. In diesem Sinne, ich habe keinen Bock mehr. Snickers, lass mich in Ruhe, wenn ich dir so egal bin, kannst du mich ignorieren. Bis denn, denn, schön.